Hallo zusammen, heute gibt es wieder mal nach längerer Zeit ein Aufgebraucht-Video und ich möchte gleich zu Anfang erwähnen, dass ich wie jeden Monat wieder einen Rabattcode für euch habe von Beauty Mails, einer deutschen Firma. Die stellen Wirkstoffkosmetik her in Form von wundervollen Boostern, die viele von euch schon kennen. Es gibt bei mir 30%, das heißt minus 30% auf alle Produkte, die es gibt. Im Shop, im Online-Shop von Beauty Mails. Wer die Kosmetik noch nicht kennt, gibt es ja immer wieder Leute, oder Frauen, nicht Leute, die vielleicht noch nie davon gehört haben, also ein Jungsunternehmen aus Bayern. Die verzichten auf all die bösen Inhaltsstoffe, die wir so oft in Kosmetikleide haben, wie Mineralöle, Silikone, Parabene, das sind vegane Produkte. Und ihr könnt euch gerne auf dem, also auf die Seite gehen, ich verlinke das alles, den Z-Konfigurator. Wer sich jetzt informieren möchte, welcher Booster er noch nicht hat, welche Booster für welches Alter geeignet sind, wie man für welchen Hauttyp, wie man das mischen kann, Mix & Match. Man kann unfassbar viel machen mit diesen Boostern. Also ich habe sie eigentlich alle und benutze sie auch alle jetzt. Ich mache das so gerne, dieses Mix & Match. Zeige ich euch nachher nochmal, euch Redner extra nochmal darüber. Diesen, zum Beispiel den, den Koffein-Wake-up-Booster mit dem, mit dem Selbstbräuner. Ich habe auch nichts drauf, vielleicht glänze ich auch ein bisschen. Das dauert so zwei bis drei Stunden, bis sich die sommerliche Bräune entfaltet. Aber ich habe es ja in dem Video hier vorgeführt, damit ihr das seht. Haut nah, also da ist jetzt nichts, kein Filter hier, irgendwas auf der Kamera. Das ist jetzt also ganz pur aufgetragen auf das gereinigte Gesicht. Und jetzt muss ich ein bisschen warten und dann ist es, da habe ich so ein schönes, gebräuntes Hautbild, was mir sehr, also ich mag das einfach gerne, ein bisschen frischer auszusehen. Und wir haben ja noch die Maske, die wir tragen müssen. Also ehrlich gesagt, also man trägt ja auch schon Lippenstift und da hast du auch immer eine Maske drin. Und dann noch Make-up vielleicht, also Foundation. Und boah, das ist immer alles zu viel Zirkus. Zu viel Tralala. Also dieses Set gibt es ja zusammen. Das Summer Set Duo, das ist dieses Augenlifting mit dem Selbstbräunner. Das kostet 64 Euro, kann man sich ausrechnen, minus 30 Prozent, wie viel das dann ist. Also das ist eigentlich ein ganz guter Deal. Ansonsten kosten die so 29 Euro. Das kostet, glaube ich, 29 und das kostet 39 Euro. Augenlifting. Und das Augenlifting Set, das ist mein absoluter Favorit mit dem zusammen. Deshalb stelle ich euch das auch immer wieder vor. Damit ihr seht, hey, die nimmt das ja immer noch. Und ja, die nimmt das auch immer weiter. Genauso wie einige andere Produkte, die ich euch jetzt gleich zeige im Aufgebraucht Video. So, ich möchte euch heute unbedingt nochmal, weil aufgebraucht, den Augenlifting Booster und den Selbstbräunner Booster, das sind einfach Lieblingsprodukte geworden im Laufe der Jahre. Also ich kann es nicht anders sagen und ich sage es auch nicht anders. Es gibt wieder das Special, 30 Prozent, Kirsti 30, auf alle Produkte, die es im Shop von Beauty Mates zu kaufen gibt. Beauty Mates, ein Startup aus Bayern, wisst ihr ja. Startup ist okay. Okay, also es ist ein junges Unternehmen aus Bayern, die vertreiben Wirkstoffkosmetik. Wirkstoffkosmetik anhand von Boostern und natürlich auch Cremes. So, dieser Augenlifting Booster, ich hatte den ja mit in Südtirol und der hat dort gute Dienste, hat er mir erwiesen. Man, also der reduziert, der liftet die Augenpartie, ist klar. Ist doch auf dem Oberlid anzuwenden, reduziert Augenringe, Augenringe und diese Tränensäcke und spendet wahnsinnig viel Feuchtigkeit. Also wenn ich morgens das Gefühl habe, man hat so ein zerknautsches Gefühl und gibt ein bisschen von diesen Boostern auf, dann, also ich mache das, ich mische, in dem Falle mische ich nicht. Mix and Match finde ich toll, aber beim Augenlifting Booster, da bleibt es pur. Ich drücke auch nicht, ich nehme nur das, was an der Pipette hängt und gebe das hier auf. Seht ihr, da kommt auch ganz schön was raus. Also ich muss nicht mal drücken, das langt. Nur was an der Pipette hängt und dann wird das ganz sanft eingeklopft, nicht gerieben. Klopf, klopf, klopf. Das dauert ein bisschen. So, Layering, also ihr könnt dann danach, bedeutet, also hintereinander, dass ihr erst den Booster auftragt und dann die Creme oder man mischt es eben. Oder benutzt das Produkt nur alleine. Ich nehme den auch manchmal nur alleine. Bei dem Selbstbräunungsbooster ist es natürlich anders. Der muss, auf jeden Fall muss der gemixt werden. Den könnt ihr nicht pur aufgeben. Der muss, so zwei bis drei Tropfen, in die Tagescreme gegeben werden. Genau. Ich nehme ab und zu ganz gern nochmal, die ist jetzt nicht aufgebraucht, die Creme von Beauty Maids. Und, also man hat sofort ein erfrischtes Gefühl unter den, also das ist toll. So, jetzt, nicht, dass ich den falschen Booster nehme, warte mal, der Selbstbräunungsbooster. Schenkt eine sommerliche Frische innerhalb von zwei bis drei Stunden. Wird das, dann hat man ein schönes, ein schönes Hautbild. Ein sommerliches, ohne Make-up. Also, man hat jetzt hier die Creme. Und, sollte man vielleicht vorher aufmachen, den Booster. Und, dann, gibt man ein bis zwei Tropfen, die langen, das ist ziemlich dickflüssig. Misch den, ja, mischt das in der Hand, also nicht in der Handfläche, das ist ja Quatsch, ihr cremt euch ja nicht so ein. Also, toll, ne, ihr habt das natürlich einfach im Bad. Ich muss ja hier vorm Spiegel sitzen. Augenbrauen auslassen, bitte. Und, trotzdem, nur mit einem feuchten Wattepad über die Augenbrauen gehen. Nase, so. Und, ihr könnt auch den Hals entlang. Wirkstoffkosmetik. Die ganze Kosmetik von Beauty-Meds ist in Deutschland hergestellt. Ohne diese bösen Inhaltsstoffe, ohne Mineralöl, ohne Parabene, ohne Silikone. So. Vegan. Und jetzt, ihr Süßen, muss ich mir die Hände waschen. Sonst ist es ganz wichtig, danach die Hände zu waschen. Wie oft man das machen kann, also ich würde sagen, so zwei, dreimal die Woche, wenn ihr euch abends abschminkt und nochmal mit einem Wattepad und Tonic über das Gesicht geht, dann ist das schon so ein bisschen bräunlich. Also, das verschwindet schon beim Make-up hier auch. Es war, der Vorteil ist bei Selbstbräunungsboostern, die vergrößern nicht die Poren, was beim Make-up ja passiert. Wenn der Make-up eine Weile auf dem Gesicht ist, dann, also eine Foundation, dann setzt sich das in den Poren ab und schon wirken die Poren viel, viel größer, als sie eigentlich sind. Das passiert hier nicht, was auch wiederum sehr schön ist. Ich rede doch nochmal zu Ende hier. Wenn man die Produkte, also miteinander, also mix and match, man kann auch mehrere Booster am Tag benutzen. Ihr könnt auch mehrere Booster mit eurer Creme mischen. Zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, ist dieses, dieser, nicht der Glow, sondern der hier, der grüne Koffein-Wake-up-Booster mit einer Creme mischen und vielleicht mit dem Lifting-Booster. Oder man kann den Wake-up auch mit dem, mit dem Selbstbräunungsbooster zusammen mischen, weil da ist Koffein und ein Kupferkomplex drin. Wenn man so ein bisschen müde ist, man ist ja morgens die Haut, ich meine, wenn man nicht mehr 30 ist, ne, die Haut, die, man sieht morgens schon ein bisschen müde aus. Und man kann ja ein bisschen nachhelfen. Also diese Booster unbedingt mischen miteinander. Ja, und jetzt, wenn ich mir mal die Hände wasche und komme gleich wieder, okay. Mensch, ich sag's euch. Also, als ich eben im Bad stand, habe ich gesehen, dass ich da so ein Fetzen an der Lippe hatte. So ein Hautfetzen. Das ist jetzt drin in den Sequenzen, die ihr gesehen habt. Das tut mir nun leid. Gut, auf dem Handy sieht man es nicht, aber wenn jemand größer die Videos schaut. So, ich habe immer noch keine Foundation drauf. Es ist immer noch der Booster. Also nur der Booster und die Creme. Jetzt kommen wir zu den Aufgebrauchteilen. Aufgebraucht weiterhin. Wo fange ich denn jetzt an? Okay, das hier. Das nehme ich jetzt nicht mehr, weil zu dunkel. Ihr wisst ja, ich war beim Friseur. Musste mir das wieder ein bisschen chemisch aufhellen lassen. Dann hatte ich das selber probiert mit dem hier. Das ging überhaupt nicht. Also, ist aufgebraucht. Ich habe es benutzt, habe mir die Haare ein bisschen versaut. Aber dann musste wirklich der Friseur jetzt mal nachhelfen. Dann weiterhin Haare aufgebaut. Ne, das ist nicht aufgebaut, aber das stinkt. Das ist ein Volumenschaum mit Bier und Honig. Aus dem Reformhaus von Logona. Das ist ein ganz gutes Produkt. Fand ich ganz gut damals. Habe es irgendwie vergessen im Schrank hinten. Und es riecht sehr unangenehm. Weiterhin aufgebraucht habe ich von Ahuhu. Kennt ihr auch. Das war diese Bambus-Geschichte. Das ist Collagen mit Bambusextrakt. Parwäsche und Conditioner. Ich habe selber keinen Asam-Code. Aber es gibt ja andere Leute, die Asam-Codes haben. Wie zum Beispiel die Daniela von Sharon S. Und die Kati hat auch einen Asam-Code. Da kriegt ihr immer Prozente. Den habe ich nicht. Ne. Weiterhin. Oh, was war denn das? Oh, das Sickening Tonic. Also da habe ich mich schwer getan. Und das ist auch gar nichts. Würde ich nicht wieder kaufen. Das ist nicht meins. Es riecht sehr unangenehm. Und es hat bei mir eine trockene Kopfhaut erzeugt. Genau. Ich mache es einfach mal schnell durchlaufer. Und sage nur Hopp oder Topp. Sonst wird das Video zu lang. Hydro Fugal Classic. War auch jetzt wieder im Skiurlaub fantastisch. Also da kann man sicher sein, dass man nicht müffelt. Ich finde das Klassische sehr schön, weil es geruchlos ist. Es gibt wohl auch jetzt einen Fresh-Duft oder so. Aber ich bin bei dem geblieben. Ganz toll von Demeter Baldini. Das ist ein Lavendel-Duft. Das ist ein Kissenspray. Aber ich sprühe das jetzt nicht aufs Kissen. Ich sprühe das immer in die Luft, bevor ich schlafen gehe. Man muss Lavendel mögen. Ich weiß, mag nicht jeder. Mich beruhigt es. Ich mag es sehr gerne. Und ich mag auch, wenn mein Kissen so duftet. Und ich mag auch diese Lavendel-Kissen und Kräuterkissen von Simple Sleep. Die mag ich auch sehr gerne. Ja. So, was haben wir denn noch? Aha. Das war von Paddle Pusher. Das war von Paddle Pusher. Oh mein Gott. Okay, nee, von Essie. Ein Nagellack, der nannte sich Paddle Pusher. Den habe ich jetzt zwei Jahre gehabt. Da ist noch ein bisschen was drin, aber es ist hart eingetrocknet. Man kann, ich habe das probiert mit ein bisschen Nagellackentferner, dass man das verdünnt, aber das wird nichts. Der Auftrag, das ist dann so schmierig. Also der muss leider gehen und leider gibt es den auch nicht mehr. Wie das immer so ist, kennen wir ja. Brauche ich gar nicht. Ich brauche nichts dazu sagen. Gibt es einfach nicht mehr. Den gibt es auch nicht mehr. Habe ich sehr gemocht von Claudia Schiffer. Das war, das muss vor fünf Jahren gewesen sein, als ich mit YouTube anfing. Oder vor vier Jahren habe ich das gekauft. Da hatte die so eine Kosmetiklinie. Das ist ein Augenbrauenstift Wolf, die Farbe, so ein Eyebrow Styler. Der war fantastisch. Und der hatte so eine Spitze, also nicht eine Spitze, der war so angeschrägt. Also der war, der glitt wunderbar über die Augenbraue. Okay, muss leider gehen, weil nicht mehr drin. Dann die Rosentagescreme. Ihr wisst ja, die, ich habe die jetzt weggeschmissen. Ich habe nur noch die, also ich habe die Tube weggeschmissen. Ich habe noch den Karton von Dr. Hauschka, weil es ja diese Winterschutzcreme von Daltor nicht mehr gibt. Musste ich ja irgendwie mir was anderes einfallen lassen. Habe ich dann zu dieser gegriffen. Und das ist jetzt eine absolute Wintercreme, braucht man jetzt nicht. Ist doch ganz toll für die Hände. Also gerade wenn man, ich habe das ja gemerkt, diese, diese, diese Winterhöhenluft, die trocknet so aus. Ich hatte so trockene Hände und Fingerkuppen und Haut, meine Güte nochmal. So, nicht aufgebraucht, aber fliegt weg. Green Door und hier Ben und Jerry, wollte ich gerade sagen. Ne, Ben und Anna, das sind diese Deo-Cremes. Beide sehr gut. Ich vertrage sie nur leider nicht. Ich vertrage sie einfach nicht. Sie sind wirklich gut. Sie halten auch, was sie versprechen. Ich finde die sogar noch besser. Das war auch mit Natron. Ich kriege die Seuche unterm Arm. Die Pimpelgicht. Es ist, es tut mir, also wirklich, es tut mir echt leid. Deshalb muss ich ja das wieder nehmen. Aber es ist ein toller Produkt. Und ich vertrage sie nicht. Müssen gehen. Weiterhin muss gehen. Das war von L'Occitane. Das war Rose. Oh, das war ein tolles Duschgel. Und noch eine sehr, richtig schöne, eine sehr schöne Flasche ist das. Die könnte man eigentlich aufheben und was anderes reinmachen. Mal schauen. Das ist ein sehr schönes Muttertagsgeschenk. Was ich noch mehr mag. Also ich mag die Produkte sehr gerne von L'Occitane. Ich mag aber lieber Pfingstrose. Das ist noch besser. Ja. Apogorose. Ne? Sage ich nichts mehr weiter dazu. Hier brauche ich eigentlich auch nichts mehr sagen. Limette Rosmarin Fit. Auch so ein absoluter Küchenfavorit. Ergiebig effizient. Riecht gut. Preiswert. Dann haben wir hier, ach, das, ja, das Salat-Topping von Just Spices. Da sind das Geile, da sind die Kornblumen da drin. Da ist drin Leinsaat, Hanfsamen, rote Zwiebel oder, nicht oder, rote Zwiebel oder, nee, rote Paprika, Tomate, Schwarzkümmel, grüne Paprika, rosa Pfeffer, Schnittlauch, Kerbel, braunes Senfmehl, Korn, Blüten, Blätter und Ringelblumenblüten. Und das Gewürz über einen Salat gestreut. Yummy, yummy. Sehr lecker. Zu Just Spices muss ich nochmal sagen, da habe ich auch schon seit sehr vielen Jahren einen Code, aber der ist jetzt nicht gekoppelt irgendwie an Prozente. Also, das läuft irgendwie wieder anders bei denen. Der Code ist Just Kirstie, Just Kirstie und da kriegt ihr ab einem Warenwert von 20 Euro, kriegt ihr eins meiner Lieblingsgewürze. Ich glaube, entweder ist das Sweet Love noch drin oder das Avocado-Topping. Also, ne, da gibt es nur ein Gewürz dazu. Also, Salat-Topping. Wollte ich das mal wieder erwähnen. So, jetzt kommt eigentlich nur noch ein Dalton. Ne, Dalton auch, aber Granatapfel-Cremeseife von Frosch, das nehme ich für die Hände. So, jetzt, da habe ich allerdings mehrere jetzt, nicht nur die zwei verbraucht. Einmal die Lifting-Maske, die habe ich im Urlaub schön benutzt, zweimal. Und natürlich die Oxygen-Pubble-Mask. Ein sauberes Gesicht oder eine saubere Gesichtshaut bekommt ihr nicht. Die Bubble-Mask, auch ein Favorit seit sehr vielen Jahren. Eigentlich, seit sie auf dem Markt ist, sehr gerne. Die Ampullen sind jetzt natürlich auch die Sleeping Beauty-Ampullen. Die sind etwas wässrig. Die muss man so ein bisschen in Etappen auftragen. Wisst ihr, was ich meine? Also, vorsichtig praktisch hier Ampullen aufbrechen und dann so ein bisschen hier in die Hand geben, aufs Gesicht aufgeben, warten. Also, in verschiedenen Phasen. Die braucht ein bisschen länger. Die ist wirklich ein bisschen wässrig. Ihr müsst aufpassen, dass die euch nicht so runterrutscht. Aber die macht ein ganz tolles Hautbild über Nacht. Also, einige meiner lieben Zuschauerinnen sind auch absolute Sleeping Beauty-Anhängerinnen. Dann die weiteren Masken. Das ist die Hyaluronic und die Energy Q10. Müde, fahle Haut. Ich habe das jetzt auch mitgehabt. Gerade da oben, Höhenluft. Und ich glaube, bei Dalton gibt es irgendwie auch jetzt. Die haben Ampullenwochen. Schaut doch bitte mal nach. So, Ampullenquen sind immer gut. Egal, ob Sommer, Winter, Frühling, Herbst. Ampullenquen sind immer klasse. Hier, Hylo Fresh für die Augen. Also, ich... Eigentlich müsste ich da schon Provisionen bekommen. Wem ich diese Hylo Fresh Augentropfen empfehle, gibt es ja verschiedene. Zum Befeuchten der Augen. Weil, egal wen ich treffe, hier in meiner ganzen Nachbarschaft, die haben... Och, Mann, ich habe so trockene Augen. Nicht, nicht, nee. Mir tränen die Augen. Sie sagen, mir tränen die Augen. Dann haben die alles so rot entzündet. Sag ich, naja, du hast trockene Augen. Wieso? Die tränen doch. Sag ich, naja, wenn Augen trocken sind, tränen sie. Also, man muss im Alter, die werden ja auch älter, nicht nur die Haare, auch die Augen, immer so ein bisschen nachhelfen. Und dieses Hylo Fresh einfach zum Befeuchten der arbeitenden Augen, würde ich sagen. Weil die arbeiten ja die Augen, ne? Unsere Augen arbeiten den ganzen Tag mit dem Hin und Her. Ja, also wir gucken und blinzeln. Ja. Und die trocknen eben aus. Und die brauchen auch ein bisschen Pflege, deshalb Hylo Fresh. Ich reiche damit einen Monat, glaube ich. Gibt es auch verschiedene Ausführungen. Ich glaube, das ist die einfachste hier. Befeuchtende Augentropfen mit Hyaluronsäure. Zur Linderung gereizter Augen. Genau. Also, das ist ohne Konservierungsmittel. Und das Schöne ist, dass die selbst nach Anbruch, nach sechs Monaten haltbar sind. Also, die sechs Monate könnt ihr die benutzen, aber ihr habt die früher alle, logisch. Wenn das regelmäßig macht. Weiterhin der Halton haben wir die Q10-Creme, die Energy Boost-Creme. Und dazu die Emulsion. Die Emulsion ist etwas leichter, vielleicht ist es besser fürs Frühjahr. Und die Creme habe ich im Winter jetzt auch genommen, ne? Oder man kann sie auch als Maske machen. Ne, doch, das ist eine... Entschuldigt bitte, ich habe mich versprochen, das ist sogar die Maske. Das ist die Maske, die Energy Q10 mit diesen kleinen roten Pärchen, die Maske. Ich nehme das aber nie ab, ich lasse das immer drauf. Diese Dalton-Masken, die kommen nicht runter, diese Creme-Masken. Die bleiben drauf, die werden schön eingeklopft. Dann haben wir Dalton Premium Clean, äh, diesen Premium Clean für alle Hauttypen. Tonic Wasser, ihr wisst, Tonic, Tonic Water ist also ein Must-Have nach jeder Reinigung, um den pH-Wert der Haut wiederherzustellen. Ihr könnt aber auch Rosenwasser nehmen. Ich nehme das immer abends und das Rosenwasser nehme ich morgens. Statt Wasser nehme ich Rosenwasser auf dem Wartepad. Und das nehme ich abends nach der Reinigung, wenn ich mir das Gesicht gereinigt habe mit dem Reinigungsschaum. Oder auch mal nur mit so einem, ähm, na, mit diesen Daily Pads. Dann, äh, kommt danach Tonic auf die Haut. Auch ein absoluter Favorit ist natürlich, wie immer, die Body Energy Boost Körper Lotion. Ich finde die Body Cream in dem Topf auch ganz toll. Aber die ist mir ein bisschen zu dick. Also ich, 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 ich finde, ich kann die besser verteilen, die Emulsion. Obwohl im strengen Winter ist die auch toll nach der Sauna oder so. Aber so für jeden Tag finde ich diese, mit diesem wunderbaren, vanilligen, sehr, 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 sehr schönen Duft, ähm, ein perfekter Abschluss, ne, nach dem Duschen, Body Lotion. Dann, das auch alle, äh, kennt ihr Soul Illuminating Oil mit der Pipette. Dieses Zwei-Phasen-Produkt, ein Anti-Aging-Produkt aus der Soul-Linie, äh, bringt die Haut zum Strahlen. Das ist nichts für abends, das wird am Tage aufgegeben, Glow. Dass die Haut einen schönen Glow hat, genährt ist, Anti-Aging, ne, also, mit Feuchtigkeit versorgt ist, mindert sofort so kleine, äh, äh, ja, ich würde sagen, schon, das mindert so kleine Trockenheitsfälchen, die man im Laufe des Tages, man kann es auch, äh, in die Handtasche sich mitnehmen und, äh, ab und zu öfter mal so auftragen, so ein bisschen, so ein kleines bisschen. Geht auch über ein Make-up, wenn ihr jetzt nur so ein bisschen tupft, ne, aber nicht abends, das ist Verschwendung. Das ist, das ist was, äh, damit euer Hautbild erstrahlt und gleichzeitig wunderbar versorgt ist, ne, mit allen möglichen Wirkstoffen, die unserer atrophischen Haut guttun. So, und dann habe ich noch so ein Ding von Baldini hier, das ist, äh, also nicht von Baldini, Demeter, Baldini, das ist, äh, äh, was für eine Freude, viel Freude, was viel Freude, na, das ist ja interessant, das ist Deutsch und Englisch in einem Wort, viel Freude, also viel Feeling, Gefühle, also fühle Freude, okay. Das ist mit Creepfrot und Limette, ist auch ein sehr schöner, erfrischender Duft, sowas habe ich immer in meinem Büro. Wenn ich so merke, ich bin so ein bisschen müde, okay, Fenster auf und trotzdem so ein bisschen sowas Frisches sprühen, sehr, sehr schön. So, meine Lieben, jetzt habe ich euch ziemlich lange, ähm, in Anspruch genommen. Und, ähm, möchte euch nochmal diesen Code nahelegen, 30% Beauty Mates auf alle Produkte, nicht nur auf die ich gezeigt habe, und es sind absolute Top-Produkte, die ich immer wieder gerne empfehle. Und es ist eigentlich noch keiner enttäuscht worden, weil nach jedem Video schreibt ihr mir, hey, ich habe die auch, und, und über die Zeit, ähm, kann man sich irgendwie, also haben sich viele von euch einfach alle zugelegt, ne, immer so Step by Step, immer mal so ein oder zwei, ne, weil es gibt ja einige Booster. So, ähm, ich werde natürlich auch wieder kochen, ihr wisst ja, ich war jetzt im Urlaub. Ich habe noch sehr viel, also sehr viel Filmmaterial von Südtirol und werde da auch was zusammenschneiden. Wunderbare Urlaubsimpressionen beim blauem Himmel, weißem Schnee, strahlendem Sonnenschein und die tollen Berge. Also ich schneide da ein bisschen was zusammen und werde das so schnell wie möglich für euch online stellen. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, seid besonders gut zu euch und auch zu eurer Haut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss! 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 Vielen Dank.